Heute mal ein Video aus einem Schwimmbad. Und zwar sind wir hier in Oberhausen. Ich war hier noch nie. Aquapark Oberhausen. Das ist die Party. Ich habe es leider erst ein paar Stunden vorher erfahren. Sonst hätte ich euch vorher Bescheid gesagt. Am 2. September 2017. Wir haben jetzt ca. 22 Uhr. Die Party hat schon seit einer Stunde oder so angefangen. Wer haben jetzt ca. 22 Uhr. Die Party hat schon seit einer Stunde. Wir haben jetzt zu viel. Und zwar sind wir hier in Oberhausen. Здесь 2. Zeit ist ja so vor Ort, noch nehme ich aus encourages cannoptimEM. Wir haben jetzt keine Zeit sehr nachte." Das ist wirklich voll, das muss man mal wirklich sagen, hier eben hinein zu holen. Ich sag mal jetzt den Namen am Start. Das ist alles da oben. 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 Das ist alles da oben.